Die ideale Jacke für extreme Weltabenteurer oder einfach für Pendler, die in den kalten Straßen in der Stadt unterwegs sind. Dieser Parka aus hochleistungsfähigem, wasserdichtem, atmungsaktivem Mikro-Ottoman mit matten Finish hat sorgfältig getapete Nähte und eine luftige 90 zu 10 Daunenfüllung, um Ihnen auch unter kältesten Wetterbedingungen perfekten Schutz zu bieten. Die Kapuze hat einen abnehmbaren Echtpelzsaum und Kunstscherling am Kragen, was Ihnen Wärme und ein schönes Gefühl garantiert. Die Kapuze kann auch mit einem Durchzug und einem regulierbaren Draht nach Ihren Wünschen geformt werden. Zahlreiche Taschen, unter anderem zwei Handwärmetaschen und zwei Netztaschen vorn für vielseitigen Stauraum. Innen befinden sich außerdem zwei Netztaschen, in denen Ihre Utensilien sicher sind. Ein Zweiwegereisverschluss vorn mit verdeckter Knopfleistik garantieren Komfort und Schutz vor kalten Luftzügen. Reflektierende Details runden Kapuze und Ärmelbündchen ab. Der exklusive PJS Karabinerhaken am Kragen und der PJS Aufnäher am linken Ärmel ergänzen die Liste der unverkennbaren Details von Inuit.